So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Pokémon Go und ihr seht schon am Hintergrundbild, es geht um Shamin, also den kleinen Shames, den wir damals in Pokémon Perle Shiny gehandelt haben, was auch gar nicht so lange gedauert hat, was ein ganz besonderer Moment war, ich das richtig gefühlt habe, als er dann endlich kam und die Geräusche, die er gemacht hat, er hat ja gequietscht und er war so, also habe ich mich total gefreut, als er dann beim Go-Fest in Pokémon Go eingeführt wurde, wir waren ja in Gera, haben da gespielt, dann war Berlin Go-Fest, Wort, haben wir gespielt, es gab eine andere Form noch dazu, jetzt ist das weltweit für alle kostenlos verfügbar, ihr könnt auch jetzt die Form ändern und für mich stand schon immer fest, dass ich das beste Shamin, was ich habe, unbedingt in dieser Form, also ist das die Landform, Landform, Zenitform gibt es glaube ich, die Schweinchenform, die möchte ich auf jeden Fall haben, was halt aussieht wie ein Igel, das möchte ich jetzt heute abholen, ich habe noch nicht reingeguckt, es gab nämlich eine Spezialforschung Pflanzen und Dankbarkeit auf der 6 von 7, könnt ihr das abholen. Bevor wir dazu kommen, gab es im gleichen Zusammenhang, Jürgen Schüttel, verfolgt dich jetzt, Grüße gehen raus, das kann natürlich passieren, dass man direkt in dem Moment, wo man ein Video aufnimmt, der Jürgen an der Tür klingelt und Hallo sagt, im gleichen Zusammenhang gab es ja ein neues Pogo geboren und zwar das Fruberl, bei mir ist immer so, ich möchte natürlich immer alles komplett haben im Pogedex, das heißt, wenn ich jetzt auf Fruberl gehe und schaue mir dann hier an, sehen wir, ich habe noch keine Weiterentwicklungen gemacht, ich habe Fruberl aber jetzt auch im Lucky Trade bekommen, möchte das jetzt komplett durchentwickeln, dass alle Formen da sind, alles registriert ist und der Lucky Dex auch komplett ausgefüllt, wenn ich nämlich hier weitergehe, seht ihr, das habe ich nicht und der Lucky Dex ist nicht gefüllt, wir haben da nichts, damit der Lucky Dex wieder komplett ist. Wir nehmen also dieses Fruberl und entwickeln das jetzt einmal komplett durch zu seinen einzelnen Stufen, dass der Pogedex da ist, dass der Lucky Dex da ist, dann müsste ich auf dem aktuellen Stand sein, es gibt glaube ich nichts, was mir momentan fehlt, ich versuche immer über den Glückstausch, den Garantierten mit anderen Legendäre zu tauschen, dass man die vielleicht in guten IV oder am besten 100 IV bekommt und wenn ich mit meinen eigenen Accounts mal Lucky werde, dann mache ich ja keinen Spezialtausch und warte da 30 Tage, dann nehme ich immer ein neues Pokémon, was gerade da ist und tausche mir das Lucky rüber oder andere Leute, die sagen, sie suchen eh nichts Bestimmendes, wir können auch was normales kurz tauschen für den Lucky Dex, kann man sowas machen. Jetzt seht ihr beide, sind im Pogedex registriert, 2241, wie gut ist das überhaupt, wir können es auch mal bewerten, hat hier 3 Sterne, 12, 12, 15, München, Bayern, das kam nämlich vom Hannes, beim Hannes habe ich das bekommen, hat auch nur 3 oder 4 Trades gedauert, bis das Lucky wurde. Jetzt brauche ich aber auch noch die ganze Familie und wir machen es natürlich wieder so, das sind 300er, warte mal, das ist ein XL, wäre es dann nicht schlau, nicht das mit den höchsten WP durchzuentwickeln, sondern das, was am größten ist, dass es eben am mächtigsten aussieht. Frubal zu Frubaila, Frubaila entwickelt, XL, was haben die anderen für Größen, das ist nix, das ist XL, das ist XL, 1, 2 Meter, ich entwickle das auch mal ganz kurz durch, das kleinste lassen wir auf jeden Fall so wie es ist, beziehungsweise sehe ich ja schon, das haben wir ja schon gemaxt auf Level 50, beim Max on Monday wahrscheinlich, also würde ich das wohl komplett durchentwickeln, weil es vor allem auch ein XL ist und was dann hoffentlich auch größer ist als das andere. Frubal, Frubaila, 856, ach komm, wir ziehen durch, 100 Bonbons, nochmal, das kommt auf über 3500, sehe ich gerade, habe ich mir vorher noch nicht angeguckt, sehe ich jetzt dann zum ersten Mal. Nächstes Pokémon, was eingeführt wird beim nächsten Event, ist ja Igor, also Ignivor heißt das glaube ich, was es wohl nur aus Eiern gibt, aus 2 Kilometer Eiern, 5 Kilometer Eiern, 10 Kilometer Eiern, das wäre auch ein Pokémon, da brauchst du keinen Spezialtausch, wenn du selber mal eins gebrütet hast, ein Kollege hat eins gebrütet, ihr seid vielleicht lucky und sagt, ach komm, wir machen den, den, obwohl schon Spezialtausch an dem Tag war, auch schnell für den Lucky Decks, denn das scheint auch wieder ein richtig gutes Pokémon zu sein, auch vom Typ Feuer oder so, womit man ordentlich was machen kann, das hier kommt auf 3351, also nicht 3,5, sondern 3,3, 3351, Frubaila, 100% Level 50 mit Rasierblattstampfer, Attacke mache ich jetzt nichts, da kommt nämlich dann wieder der Benjamin und sagt, ja, da musst du noch umändern auf dies und das und jenes und ansonsten haben wir die Reihe jetzt hier voll, Frubal, Frujal, Frubaila, äh, sehen das auch im Decks, dass das natürlich, es hat nur ein Geschlecht, normalerweise entwickle ich immer männlich und weiblich, haben wir jetzt hier fertig und können jetzt zum Schämen kommen, hier erstmal dieses Glücksein noch abholen, hier gibt es nochmal 5000 EP, 2500 Staub und ein Pokémon erscheint, was ja jetzt auch so auf so einem Waldweg eigentlich spawnen müsste, zum Durchschauen, gucken wir mal hier rein, da fliegen die Blätter, Das sieht so herrlich aus, ne, das gab es früher nicht, früher hast du ein mysteriöses abholen wollen, da bist du einfach hin, bist automatisch im AR-Modus gelandet, da war Mew, ist immer unsichtbar geworden, du musstest da einfach die Bälle hinschmeißen, ich weiß noch, Hong damals hat 5 Millionen Bälle geworfen und es ist einfach nicht drin geblieben und er konnte es nicht fangen, er musste das Handy wechseln und mit einem anderen Gerät fangen, damit er es überhaupt erst gekriegt hat, jetzt sitzt es hier in dieser schönen Blumenlandschaft, da kann man ja auch mal so curven, drauf werfen, ihr seht keinen Kreis, der sich verstellt, aber gefühlt kann man da auch großartig oder gut werfen, wäre vielleicht genial, wenn man es hier schafft, einfach fabelhaft zu werfen, da steht auch wieder großartig da, der Eindruck entsteht, dass das immer großartig ist, ja, egal wie man wirft, mache ich mal anders, ich ziehe mal weiter nach links, so, ihr seht, der stand nicht großartig, also es ist ein Unterschied, ob man großartig wirft oder eben nicht, man kann ja auch neben den Kreis werfen, den man nicht sieht, weil er ja unsichtbar ist, jetzt habe ich es ein bisschen vermasselt, fällt mir gerade ein, weil das ist ja ihnen garantiert, das Pokémon, was ihr fangt, wäre also schlau gewesen, eine gelbe Nanabäre zu nehmen, Nanab, Sanana, eine gelbe Sananabäre zu nehmen, dass ihr die doppelten Bonbons gleich bekommt, beziehungsweise eine silberne Sananabäre nehmen, dass ihr noch einen Zusatzbonbon bekommt, manche sagen, ist vielleicht Verschwendung, die silberne zu nehmen, weil es bleibt ja eh drin, brauchst du doch die Fangchance nicht erhöhen, aber damit kriegt ihr halt eben die meisten Bonbons, dieses ist jetzt also das schwerste und das größte, was ich habe und sieht immer noch total süß aus und wir können auch hier die Form ändern, möchte ich aber eigentlich nicht, wir bewerten es mal und haben jetzt hier 12, 11 und 12 gefangen, Meiningen, wir gucken nochmal kurz hier durch, Shei Min, 12, Berlin, Gera, 13, 15, das müsste immer noch das Beste sein, 13, 78, ja, das ist 13, 71, da ist die Form anders, Berlin 15, 3, kann man ja auch nochmal kurz durchschauen, das hat auch drei Sterne gehabt, also, ja, um es fair zu halten, müsste man eigentlich hier, wir machen das jetzt einfach mal mit dem, komm, egal, wir ändern jetzt einfach mal die Form von dem, sodass wir dann 2, 2 haben, damit für alle, die noch nicht das andere gesehen haben oder noch nie die Form geändert haben, auch jetzt sehen, da kann man die Form ändern und dann sieht das eben so aus, in der Zenitform, denke ich mal, ich mache ja auch mal einen Stern dran, obwohl man das eigentlich nicht verschicken könnte, wieso ist das jetzt nicht da, so, es ist trotzdem hier nur Berlin, verstehe ich nicht, verstehe ich nicht, verstehe ich nicht, verstehe ich nicht, heißt doch genauso, wir können aber den Rest der Spezialforschung natürlich noch abholen, das heißt, da drücken wir uns auch jetzt mal durch, haben hier noch ein paar Sticker, haben hier 2022 EP, 2022 Staub, 25 Bonbons, einen Rauch, 22 Welle und dann ist endlich diese Spezialforschung auch abgeschlossen, geschlossen, wo Niantic gegönnt hat, denn man musste sie sich erst kaufen und wer sie sich nicht gekauft hat, hat sie jetzt eben ein Jahr später gefühlt kostenlos bekommen, sodass jeder dieses Pokémon bekommt. Es wird viel gemeckert über Niantic, aber da haben sie euch wirklich was mitgegeben. Auch wenn jetzt GoFest ist, wieder, es muss keiner das GoFest-Ticket kaufen für 15 Euro, die sagen, war es so teuer, äh, alle Shinies, die am GoFest released werden, sind ab dann theoretisch für immer im Spiel, müsste man sagen. Ausnahmen gibt es natürlich immer mit Icognitos aus dem Rauch, die gibt es halt da, scheinen die aus dem Rauch, dann halt nicht mehr, aber normale Pokémon werden ja released und können dann auch bei anderen Events angetroffen werden. Ein mysteriöses, was eingeführt wird, kann danach natürlich über eine Forschung weltweit auch kostenlos verfügbar gemacht werden, wie bei Shaman eben auch. Diejenigen, die sich letztes Jahr das Ticket gekauft haben, haben das schon eher gehabt und die, die es sich nicht gekauft haben, haben das jetzt, ein Jahr später, kostenlos bekommen, passend vorm GoFest. Ansonsten war es das jetzt von meiner Seite aus. Wie gut war euer Shaman, was ihr jetzt bekommen habt in dieser Spezialforschung? Schreibt es mal in die Kommentare oder ansonsten, welche Form findet ihr besser? Die Landform, die ihr hier seht oder die Zenitform, würde mich natürlich brennend interessieren. Bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.